In diesem Video geht es um das TAKE-Zertifikat C1. Und zwar werden wir uns höheren Teil 3 etwas näher anschauen. Außerdem habe ich dir Übungsmaterial in Form von PDFs zum Herunterladen bereitgestellt. Und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also, es lohnt sich. Bleib dran und viel Spaß! Und damit du immer auf dem Laufenden bleibst und nichts verpasst, solltest du hier unten gleich auf Abonnieren klicken. Und dann können wir auch schon loslegen! Jetzt heißt es gut zuhören, denn du sollst hier Informationen heraushören können und diese dann übertragen können. In der TAKE-Prüfung C1, Hören Teil 3. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TAKE-Prüfung C1, Hören Teil 3. Und schon kann es auch losgehen. Ganz am Anfang möchte ich dir mal zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar schauen wir uns erstmal einen Überblick an zur Prüfung. Dann zeige ich dir, wie du dich gut vorbereiten kannst. Dann machen wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemeinsam. Und am Ende schauen wir uns noch ein Beispiel gemeinsam an. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende kommt noch ein Bonus. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Es lohnt sich! Schauen wir uns erstmal an, wie die Prüfung im Teil 3 abläuft und wie sie bewertet wird. Also, wir sind hier also beim TAKE-Zertifikat C1, Hören Teil 3. Darum geht es. Und was wird denn hier in diesem Teil 3 überhaupt getestet? Und zwar hörst du einen Vortrag und zu diesem Vortrag bekommst du 10 Aufgaben. Und zu diesen 10 Aufgaben musst du dir dann Stichpunkte machen. Wir schauen uns das im Detail jetzt gleich nochmal gemeinsam an. Insgesamt für Hören, also Teil 1, 2 und 3, hast du insgesamt 40 Minuten Zeit. Wenn du dir den Modelltest mal anschauen willst, zum Hören Teil 3, dann kannst du dir die PDF hier herunterladen in dem Link unter diesem Video. Und vielleicht fragst du dich auch noch, worauf wird hier überhaupt geachtet? Weil es gibt zum Beispiel prüfungsinterne Kriterien bei der mündlichen Prüfung und beim Schreiben. Hier ist es so, dass sich diese, auch beim Schreiben und so weiter, gibt es diese prüfungsinternen Kriterien, die sich aber auch auf diesen GER-Referenzrahmen stützen. Und das ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen, den kannst du dir gerne im Internet mal anschauen. Da steht allgemein, was du als C1-Kandidat alles so können und wissen musst. Und da steht aber auch nochmal aufgeschrieben für die einzelnen Bereiche, zum Beispiel hören, was du da alles können musst. Kannst du dir gerne im Internet mal raussuchen und auch detailliert durchlesen. Wir legen also los, aber am Anfang muss man sich immer erstmal gut vorbereiten, damit man erfolgreich wird. Und zu einer guten Vorbereitung gehört zum Beispiel dazu, dass man sich Vorwissen aneignet und den Wortschatz erweitert. Wenn du von mir die anderen Videos schon gesehen hast, dann hast du das sicherlich schon mal gehört, weil es ist einfach so wichtig für alle Gebiete der Prüfung und sogar im Alltag und im Beruf. Deswegen sage ich es auch immer wieder, weil es einfach so wichtig ist. Also das kannst du zu Hause machen, indem du die Nachrichten schaust, indem du die Zeitungen liest, Dokumentationen anschaust. Es gibt da so viele Möglichkeiten, auch im Bereich Hören. Es gibt Podcasts und so weiter. Also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Du kannst auch einfach Fernsehen schauen, aber drehst dich um und hörst nur zu, zum Beispiel. Es gibt Hörbücher und so weiter. Also alles, was du dir vorstellen kannst, damit kannst du üben. Und vielleicht machst du sowieso etwas jeden Tag, wie die Zeitungen lesen. Und das ist ja dann schon mal auch eine super Vorbereitung für die Prüfung. Und da solltest du aber jetzt vielleicht auch schauen, dass du dir mal aktuelle Themen anschaust und vielleicht auch schwierige oder für dich eher uninteressantere Themen. Gerade wenn du jetzt bald die Prüfung hast, ist es wichtig, dass du, sagen wir, ein, ja, schauen, was im letzten Jahr alles so passiert ist in Sachen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und so weiter, ja. Denn solche Themen kommen gerne auch mal in der Prüfung dran. Und wenn du dann in manchen Themen einfach keine Ahnung hast, heißt das automatisch, du hast also weniger Wissen und somit auch weniger Wortschatz. Das heißt, du kannst dich nicht so gut ausdrücken, du, weil du einfach weniger Wissen hast, kannst auch nicht so viel erzählen. Gerade auch im Sprechen und im Schreiben ist es natürlich wichtig, dass man da auch ein bisschen Wissen hat und auch mehr, ja, Wissen einbringen kann in den Text oder in das Gespräch und so weiter, ja. Und gerade auch beim Hören und Lesen ist es natürlich so, je mehr du weißt, je größer dein Vokabular ist und umso mehr verstehst du natürlich auch, genau. Und dann ist es wichtig, wenn du dir da Wörter aussuchst, das müssen nicht unbedingt Wörter sein, die direkt mit dem Thema zu tun haben, das können auch irgendwelche Verben sein, die dir vielleicht einfach schwierig fallen, wo du sagst, ich weiß nicht genau, wie ich die benutzen soll im Alltag oder so, dann kannst du dir die natürlich auch rausschreiben, aufschreiben und dann, das Wichtige ist aber, lerne diese Liste nicht einfach auswendig, sondern integriere sie in deinen Alltag, benutze sie, schreibe einen Text, sprich mit jemandem über irgendein Thema und versuche dann, diese Wörter auch da zu integrieren, da einzubauen. Genau, und somit lernst du sie auch erst richtig. Als nächster Schritt in deiner Vorbereitung wäre es gut, wenn du das Hören nochmal übst und das Mitschreiben. Wenn du ein Student bist oder so, dann kennst du das sicherlich, ja, man sitzt im Unterricht, man hört den Lehrer, den Dozenten oder so irgendwas erzählen und man muss schnell mitschreiben. Und das ist nochmal eine Übung, die dir jetzt gerade für das TELC-Zertifikat C1 Hören Teil 3 auch sehr weiterhilft, wenn du das gut kannst. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine super Übung für deinen Wortschatz. Such dir Dokumentationen raus oder lass dir vielleicht die Nachrichten mal vorlesen oder so. Du kannst auch Radio hören. Alles, was wie ein längerer Vortrag ist, das kann dir helfen. Also es gibt ja auch Radiosender, wo eher weniger Musik läuft, sondern viel gesprochen wird. Da gibt es vielleicht auch mal Interviews und so. Und da, das kann man sich auch mal anhören. Das sind auch gute Übungen. Genau. Und dann kannst du da nämlich zum Beispiel, du kannst auch das globale Hören nochmal üben. Das kennen wir aus dem Teil 1 vom Hörverständnis. Da ist es dann so, dass du im Allgemeinen erstmal zuhörst und guckst, was sind jetzt hier die Hauptinformationen aus dem Gehörten. Worum geht es überhaupt? Was sind die Hauptpunkte, die ich hier raushören konnte? Und dann kann man das detaillierte Hören nochmal üben, indem man einfach zuhört und sich ein paar Infos notiert, dass man einfach sieht, okay, detailliertes Hören heißt einfach, dass du nicht nur die Hauptinformationen verstehst, sondern auch einzelne wichtige Punkte herausfiltern kannst. Und da kannst du dir am besten Audios oder Videos raussuchen, die halt auch ein Skript haben oder die du dir nochmal anhören kannst, weil du möchtest natürlich überprüfen, ob du auch viele Details richtig auch heraushören konntest. Das heißt, es ist natürlich hilfreich, wenn du dann den Text, wenn du das Audio oder das Video oder so dir nochmal anhören kannst oder wenn du das Ganze als Text, ja, als Skriptform hast, dann kannst du erstmal hören und dann nochmal nachlesen, ob du auch alles richtig verstanden hast. Und dann, was jetzt halt wichtig für diesen Teil 3 vom Hörverständnis ist, ist das selektive Hören. Das kannst du üben, indem du direkt nach speziellen Informationen im Gehörten suchst. Zum Beispiel, du hast jetzt schon mal detailliert gehört und du hast gehört, da waren irgendwelche Nummern, Zahlen oder irgendwelche Adressen oder spezielle Namen von Personen oder so. Und da kannst du sagen, ich höre mir das jetzt nochmal an und achte mal genau auf diese Information und die schreibe ich mir dann ganz schnell mit. Ja, und damit hast du dann dieses selektive, direkte Hören geübt. Als nächstes möchte ich dir hier auch empfehlen, dir ein Markierungssystem auszudenken. Das kennst du aus den anderen Videos jetzt auch schon, weil wenn du das einmal gemacht hast, du hast dir so ein System ausgedacht, dann hilft dir das in der ganzen Prüfung. Du kannst das überall immer wieder verwenden und es hilft dir einfach auch schneller voranzukommen. Deswegen, wie gesagt, sage ich dir das jetzt hier auch nochmal. Das hörst du in vielen Videos von mir. Nur nochmal dazu gesagt, zum Hören Teil 3 ist das Markierungssystem jetzt nicht das Wichtigste. In anderen Teilen ist es wichtiger als hier. Aber wie gesagt, denk dir das einfach mal aus für die ganze Prüfung und dann ist es natürlich hilfreich. Das Markierungssystem allgemein kann dir helfen, Zeit zu sparen und nicht stecken zu bleiben. Und du solltest dir dabei ein System suchen, das auch wirklich zu dir passt. Also nicht unbedingt das, was ich dir jetzt erzähle, sondern etwas, wo du sagst, das kann ich mir gut merken, das kann ich gut anwenden. Und das solltest du in der Vorbereitung für die Prüfung einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel, wenn du dir nicht ganz sicher bist, machst du dir ein Fragezeichen hin, bist du dir doch sicher, dann kannst du die Antwort vielleicht schon neben die Aufgabe schreiben und diese dann fett unterstreichen oder ein Ausrufezeichen hinmachen oder sowas oder einen Kreis drumherum malen oder irgend sowas. Und dann bei Aufgaben, die du nicht weißt, kannst du dir vielleicht ein großes X hinmalen, damit du weißt, okay, ich muss hier später unbedingt nochmal hierher zurückkommen und einfach noch, brauche noch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen dann hier. Und noch auch ganz wichtig, verbringe einfach nicht zu lange, nicht zu viel Zeit mit dem Notieren und dem Markieren, weil dann ist das so ein bisschen, ja, das Markierungssystem ist ja dazu da, dass es Zeit spart. Ja, und wenn du dann sehr viel Zeit investierst für das Markieren, dann ist es eher kontraproduktiv als produktiv. Genau. So, wir haben uns jetzt gut vorbereitet und jetzt gehen wir in die Schritt-für-Schritt-Anleitung über. Wir sind immer noch beim TELC-Zertifikat C1 Hören Teil 3 und wie du weißt, geht es ums Hören und das Hören ist immer angeleitet. Das heißt, deine Schritt-für-Schritt-Anleitung läuft also mit diesem Audio mit und deswegen ist sie auch eigentlich sehr kurz, weil dich das Audio mitnimmt, sozusagen. Die Anleitung kannst du dir aber trotzdem auch nochmal herunterladen als PDF und den Link findest du hier unter diesem Video. Genau, also ganz am Anfang musst du die Aufgaben erstmal lesen, suchst dir vielleicht Schlüsselwörter aus, dann hörst du den Vortrag, dann musst du alles schnell aufschreiben und dann überprüfst du das Ganze nochmal. Jetzt nochmal etwas im Detail. Als allererstes müssen wir die Aufgaben natürlich erstmal durchlesen und eventuell Schlüsselwörter unterstreichen. Du hast für das Lesen der Aufgaben eine Minute Zeit. Das ist völlig ausreichend, weil ganz, ganz wenig Information dasteht. Das siehst du auch gleich, wenn wir die Aufgaben mal durchgehen. Im Audio kommt am Anfang immer die Aufgabenstellung. Die kennst du schon. Da wird gesagt, wie die Aufgabe funktioniert und die kannst du eigentlich dann erstmal ignorieren und somit hast du dir nämlich nochmal Zeit gespart. Du kannst dann nämlich direkt loslegen, während der Sprecher im Audio noch spricht, kannst du dir schon mal deine Aufgaben in Ruhe anschauen. Und da schaust du dir jetzt diese 10 Infoboxen an, die du bekommst und da stehen wirklich sehr, da steht sehr wenig Information drin. Aber wenn es für dich hilfreich erscheint, wenn du denkst, das bringt mir was, dann kannst du nochmal wichtige Schlüssel und Signalwörter unterstreichen. Das ist jetzt hier in der Aufgabe nicht sehr wichtig. In anderen Aufgaben, also in anderen Teilen der Prüfung ist es viel wichtiger, Schlüsselwörter zu unterstreichen, weil wir wirklich sehr, sehr wenig Information in diesen Infoboxen drin haben. Das heißt, es gibt eigentlich auch sehr wenig nicht nur zum Unterstreichen. Wenn dir das aber hilft, mir, ich bin eine visuelle Person, wenn ich zum Beispiel für irgendwas lerne, dann brauche ich Farben und ich unterstreiche viel oder mache Symbole und so weiter. Wenn du auch so ein Typ bist, so ein Lerntyp, dann ist es bestimmt hilfreich, dass du dir einfach ein paar Schlüsselwörter unterstreichst. Wenn du sagst, brauche ich nicht, das ist mir zu viel durcheinander, dann brauchst du das natürlich auch nicht machen. Wie gesagt, es ist jetzt hier nicht sehr wichtig. Im zweiten Schritt geht es dann los. Du hörst dir den Vortrag an. Du kannst den nur ein einziges Mal hören, weil wir sind jetzt auf dem C1-Niveau und im normalen Leben kann man ja die meisten Sachen auch nicht nochmal hören. Deswegen nur einmal. Die Aufgaben sind aber wieder chronologisch aufgebaut, so wie es bei einem normalen Vortrag auch wäre. Wenn dir jetzt jemand einen Vortrag hält und gibt so Handzettel aus oder zeigt eine Präsentation mit diesen Slides oder so oder Folien oder so, dann hat man ja auch diesen chronologischen Aufbau mit dem Vortrag. Genauso ist es hier in der Prüfung halt auch. Und der Sprecher wird irgendeinen Vortrag halten über ein bestimmtes Thema, aus dem Alltag gegriffen wahrscheinlich und wird daher halt auch keine längeren Sprechpausen haben oder Fragen wie im Interview, sondern ist einfach ein fortlaufender Vortrag. Und dann solltest du, während du hörst, diese Infoboxen mit dem Gesprochenen vergleichen und auf diese Schlüsselwörter achten. Wie gesagt, in den Infoboxen ist sehr wenig Information, deswegen stehen da eigentlich nur Wörter und du musst beim Hören darauf achten, okay, jetzt sind wir an der Stelle, wo es hier rum geht, um dieses Thema und dann musst du dich wirklich gut konzentrieren. Im nächsten Schritt, oder ja, das läuft ja alles ineinander über sozusagen, du hörst und musst eigentlich schnell aufschreiben und das Ganze eigentlich gleichzeitig. Während du hörst, musst du schreiben, weil der Sprecher spricht ja weiter. Ja, also der Vortrag läuft kontinuierlich weiter. Das heißt, du musst mehrere Sachen auf einmal machen und deswegen hast du auch wenig Zeit zum Überlegen. Du musst also schnell schreiben und es geht hier nicht darum, einzelne Wörter aufzuschreiben, sondern eher Wortgruppen, kurze Erläuterungen, also Stichpunkte brauchen wir und in den meisten Fällen reichen da einzelne Wörter einfach nicht aus. Und hier kann dir auch wieder ein Markierungssystem helfen, wenn du jetzt nicht weiter weißt, weil du kannst hier nicht lange überlegen und stecken bleiben. Deswegen hilft dir so ein System ein bisschen. Das Problem ist nur, wenn du die Antwort jetzt nicht weißt, wird es schwer, das später noch auszufüllen, weil du es halt wirklich auch nur einmal hörst. Aber wenn du jetzt hier stecken bleibst und ganz lange überlegst und so, dann verpasst du die nächste Aufgabe. Deswegen Markierungssystem kann dir helfen, dass du dann einfach später nochmal hier zurückkommst und nochmal überlegst, auch wenn das Audio dann schon vorbei ist. Auch noch ganz wichtig, die Rechtschreibung und wie schön du jetzt schreibst, in diesem Moment ist wirklich nicht wichtig. Das ist alles für später. Wie gesagt, wenn du Student bist oder so, dann weißt du, wovon ich rede. Man hat da einfach keine Zeit, dass das alles schön fein leserlich oder auch alles komplett richtig geschrieben ist. Deswegen, das ist jetzt absolut nicht wichtig, da kümmerst du dich später drum. Jetzt ist es wichtig, alle Informationen, die du hörst, die hier auch wichtig sind in dem Moment, aufschreiben zu können. Genau, wie gesagt, also wichtig ist es alles zu hören, es zu verstehen und schnell zu sein, damit du es noch schnell aufschreiben kannst. Denn deine Antworten, die kannst du dann am Ende von Teil 3 noch sorgfältig auf den Antwortbogen draufschreiben. Aber nicht jetzt. Jetzt schreibst du auf deinem Aufgabenblatt in Stichpunkten einfach daneben. Du siehst das Aufgabenblatt auch gleich nochmal. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Im nächsten Schritt bist du dann fertig. Das Audio ist vorbei und jetzt musst du das Ganze nochmal überprüfen. Hast du alles beantwortet? Super, wunderbar. Hast du irgendwelche Markierungen hingemacht? Dann schau doch noch, ob du dann noch was ergänzen kannst, aber versuche nicht zu raten. Wenn du da jetzt schon was geschrieben hast und du weißt noch von vorhin, okay, das müsste ich da noch mit hinschreiben oder so, aber versuche jetzt nicht zu raten, außer, wenn du wirklich gar nicht weißt, was da rein sollst, dann solltest du natürlich irgendwas, dann rate, überlege, was da reinpasst, anstatt das freizulassen. Weil freilassen sind auf jeden Fall null Punkte. Und jetzt ist es wichtig auch, du hast jetzt überprüft und jetzt hast du noch genau fünf Minuten Zeit, deine Antworten auf den Antwortbogen zu übertragen und da hast du jetzt auch Zeit dafür, das korrekt zu machen. Also die Rechtschreibung muss richtig sein, es muss leserlich sein, es muss säuberlich geschrieben sein, weil wenn du falsche Wörter hast oder so, die werden dann nicht akzeptiert. Okay, du hast ganze fünf Minuten dafür Zeit und das müsste eigentlich reichen. So, und jetzt gehen wir ein Beispiel gemeinsam durch. Los geht's! Also, wie du siehst, hier haben wir das Aufgabenblatt, so sieht das aus. Es geht also um das Hörverstehen Teil 3 und wie du siehst, hast du diese Infoboxen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du Platz für Stichpunkte. Und in jeder Infobox findest du zwei Aufgaben, wo du dann halt jeweils drei Linien zur Verfügung hast, um deine Stichpunkte aufzuschreiben. Wenn du eine große Schrift hast, versuch schön klein zu schreiben, damit du auch alles da reinschreiben kannst. Hier sehen wir dann auch noch die zweite Seite, da kommen dann auch nochmal drei weitere Infoboxen, jeweils mit zwei Aufgaben. Und wie du siehst, es ist sehr wenig Information da. Du hast eine Minute Zeit, dir das durchzulesen und das reicht auf jeden Fall. So, in der Prüfung, im Audio, wird dir diese Aufgabenstellung vorgelesen. Die kannst du eigentlich überspringen und dann direkt zu deinen Aufgaben übergehen, aber wir lesen sie mal gemeinsam hier durch. Hörverstehen Teil 3 Sie hören einen Vortrag. Sie hören den Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 65 bis 74 in der rechten Spalte. Die Lösung 0 ist ein Beispiel. Lesen Sie jetzt die Stichworte. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Und hier nochmal ganz fett gedruckt, stichwortartig. Es heißt also, dass wir keine Sätze schreiben sollen. Wir sollen nichts richtig erklären, in dem Sinne. Und wir sollen auch nicht nur einfache Wörter hinschreiben, Schlagwörter oder so, sondern Stichwörter. Stichwort heißt, es geht schon darum, dass wir eine Wortgruppe stehen haben. So, wie auch eben in der Aufgabenstellung drin stand, haben wir wieder ein Beispiel. Das ist das Beispiel 0. Wie ihr seht, hier geht es eigentlich um das Thema von diesem Herrn Martin Wintermeyer. Und das Thema ist Wohnen mit Farbe. Wie ihr seht, es geht nicht nur um ein Wort, sondern auch wieder eine Wortgruppe. Und das wurde hier eingetragen. Und so müsst ihr das dann auch machen. So, wir sind jetzt im ersten Schritt. Wir sollen die Aufgaben lesen. Wir haben eine Minute Zeit dazu und Schlüsselwörter unterstreichen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das braucht. Wir gucken uns das mal kurz gemeinsam an und ich unterstreiche mal Wörter, die für mich als Stichworte, als Schlagwörter, ja so wirken. Genau. Also, das Beispiel, wir haben ja eben schon das Beispiel 0 gesehen. Es geht also um Farben in der Wohnung und am Beispiel von Frau Müllers Wohnzimmer bei der Nummer 65 geht es also um die neue Wandfarbe und was diese bewirkt. Es geht also um Wandfarbe, Farbe in der Wohnung und so. Deswegen habe ich jetzt hier das Wort bewirkt unterstrichen. Das ist so für mich das wichtigste Wort. Und Farbe ist nicht gleich Farbe. Wir unterscheiden. Als nächstes weiße Wände. Nein, weil. Wir suchen also nach irgendeinem Grund, warum wir keine weißen Wände möchten. Alternativen habe ich jetzt einfach auch mal unterstrichen. Dann die richtige Farbwahl und Menge. Hängt ab von. Und Farbe und Persönlichkeit. Dazu ein Beispiel. Dann geht es um Farbakzente und der Vorteil von diesen Farbakzenten und mehr Mut zur Farbe sollte man vielleicht haben. Und dann der Faktor Licht, Wohngefühl positiv beeinflussen in dem und Kritik an modernen Wohnungen. Da würde ich Kritik unterstreichen. So, jetzt sind wir im nächsten Schritt. Wir müssen jetzt dem Vortrag zuhören. Wir hatten also, unsere Minute ist vorbei, in der wir die Aufgaben gelesen haben. Und jetzt geht es los mit dem Vortrag. Ich werde das Audio jetzt abspielen. Ihr hört gut zu. Wir werden nicht alle Aufgaben machen, sondern nur, wir hören, das Beispiel hören wir uns an und die ersten beiden Aufgaben. und also den Anfang des Vortrags. Ihr könnt gerne auch mal zwischendurch pausieren und überlegen als erste Übung. Und ich lasse das Audio jetzt erstmal laufen für diese beiden ersten Aufgaben. Los geht's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Schöner Wohnen. Es ist wirklich bemerkenswert, was Farbe alles kann. Behaglichkeit und Atmosphäre schaffen, Räumen Charakter verleihen, Wohnbereiche imposant und edel oder gemütlich und kuschelig wirken lassen. Wenn Sie sich unsicher sind, zu welcher Wandfarbe Sie bei der nächsten Renovierung greifen sollen, dann sind Sie hier genau richtig. Unser heutiger Gast, Martin Wintermeyer, ist Innenarchitekt und hat sich auf das Thema Wohnen mit Farbe spezialisiert. Er wird heute für Sie das Geheimnis der Farben lüften. Herzlich willkommen, Martin Wintermeyer. Applaus Danke, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, mit Farben lassen sich tatsächlich verblüffende Wirkungen zaubern. Es muss ja nicht gleich die knallrote Wand sein. Wer vom Nichtsagenden Weiß genug hat, kann sich auch mit kleinen Farbtupfern vorwagen. In jedem Fall gibt es ein paar Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie zum Pinsel greifen. Kürzlich kam eine Kundin zu mir, nennen wir sie Frau Müller, die ihr Wohnzimmer neu gestalten wollte. Sie hatte recht konkrete Vorstellungen. Eine natürliche und ruhige Farbe sollte es sein, auf das der Raum einen heimeligen Charakter erhalte. An Optionen mangelte es nicht und die Frau war wahrlich wählerisch. Wir entschieden uns schließlich für ein warmes Grün. Schaut man heute auf ihre Wand, schweift der Blick unwillkürlich vom Wohnraum durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Wir haben auf diese Weise einen fließenden Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt der Farbgestaltung. Der Raum wirkt jetzt noch ein wenig größer, als er tatsächlich ist. Grün im Wohnzimmer ist nicht jedermanns Sache. Welche Farben der Mensch favorisiert, ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Zwar liegen Blau und Rot seit jeher an der Spitze, wenn in Umfragen die Lieblingsfarben der Deutschen ermittelt werden. Doch Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Mehr als neun Millionen Farbnuancen lassen sich mittlerweile unterscheiden. Wie Farben wirken, liegt allen Urprägungen zum Trotz auch im Auge des Betrachters. Dass sie wirken, daran herrscht kein Zweifel. Empfindungen werden beeinflusst, Gefühle ausgelöst, Stimmungen erzeugt. Meist So, ihr habt also jetzt das Audio gehört und habt euch vielleicht auch schon ein paar Stichpunkte machen können und solltet eigentlich während dem Hören natürlich aufschreiben. Ja, also während dem Hören musstet ihr die 65 beantworten und die 66. Wir gucken uns hier jetzt aber das Skript gemeinsam an und gehen das Ganze nochmal langsam durch. Okay? Also, Hörverstehen Teil 3, Vortragsreihe Schöner Wohnen. Am Anfang habt ihr die Gastgeberin gehört, die das so eingeleitet hat, die den Herrn Wintermeier willkommen geheißen hat. Ihr könnt hier gerne kurz das Video pausieren, euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Da wir das aber jetzt für unsere Aufgaben eigentlich nicht brauchen, ja, diese Information, müssen wir uns das jetzt auch nicht unbedingt durchlesen. Ihr könnt das natürlich selber gerne tun. Ich gehe direkt weiter. Und zwar danach fängt dann der Herr Wintermeier an und beginnt zu erzählen über die Farben und die Wohnung und so weiter. Und da gibt er auch erstmal eine Art Einleitung, wo wir merken, hat jetzt nichts so wirklich mit unseren Aufgaben hier zu tun, weil es ist einfach seine Einleitung. Ja? Wir beginnen einfach mal mit Frau Müller, weil unser Slide, also unsere Folie, die wir hier bekommen haben sozusagen, mit der Nummer 65 und 66, da geht es ja um das Beispiel Frau Müllers Wohnzimmer. Das heißt, die ganze Einleitung von Herrn Wintermeier interessiert uns eigentlich erstmal gar nicht. Aber dann, wenn wir Frau Müller hören, da müssen unsere Ohren spitz werden und wir müssen sagen, oh jetzt, jetzt müssen wir wirklich gut zuhören. Und das lesen wir jetzt mal gemeinsam. Also, kürzlich kam eine Kundin zu mir, nennen wir sie Frau Müller, die ihr Wohnzimmer neu gestalten wollte. Sie hatte recht konkrete Vorstellungen. Eine natürliche und ruhige Farbe sollte es sein, auf das der Raum einen heimlichen Charakter erhalte. An Optionen mangelte es nicht und die Frau war wahrlich wählerisch. Wir entschieden uns schließlich für ein warmes Grün. So, jetzt wissen wir erstmal, jetzt hat eine Einleitung gegeben zur Frau Müller, wer sie ist, was sie möchte. Und wir sehen ja hier in unseren Aufgaben, die neue Wandfarbe bewirkt das und das und Farbe ist nicht gleich Farbe, wir unterscheiden etc. Davon haben wir jetzt eigentlich nichts gehört, außer mit diesem heimlichen Charakter. Aber da steht es eigentlich, da geht es eigentlich darum, dass der Raum einen heimlichen Charakter erhalten solle. Und da steht jetzt noch nichts mit der Farbe Grün und was diese Farbe Grün eigentlich bewirkt. Also würde ich das jetzt zum Beispiel noch nicht hinschreiben. Das ist zwar auch eine gute Information, aber hat mit der Farbe Grün direkt nichts zu tun. Das war eigentlich nur so eine Einleitung von dem Herrn Wintermeier und jetzt kommt die eigentliche Information. Er spricht also weiter, er hat jetzt die Frau Müller eingeleitet und es geht jetzt um die Farbe Grün, das wissen wir und jetzt kommt die eigentliche wichtige Information. Schaut man heute auf ihre Wand, schweift der Blick unwillkürlich vom Wohnraum durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Wir haben auf diese Weise einen fließenden Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt der Farbgestaltung. Der Raum wirkt jetzt noch ein wenig größer, als er tatsächlich ist. Und das ist die wichtige Information. Und da mussten wir so unsere Ohren spitzen, als er gesagt hat, ja, einen Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Und das ist, was dieses Grün halt bewirkt. Er fängt da schon vorher an und sagt, dass der Blick vom Wohnraum, also das Grüne, durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten, also das Grün läuft so weiter. Und das ist halt das, was das Grün, diese Wandfarbe, die grüne Wandfarbe jetzt bewirkt. Ja? Und zwar einen fließenden Übergang zwischen Raum und Natur und noch ein erwünschter Nebeneffekt. Das sagt er dann auch noch. Der Raum wirkt jetzt noch größer, als er ist. Ja? Genau. Und wie ihr seht, wir haben jetzt keine richtigen vollständigen Sätze geschrieben, sondern wirklich nur Stichworte, Wortgruppen. Dann erzählt er ja weiter. Es geht immer noch um die Farbe Grün und wir hören wieder zu. Grün im Wohnzimmer ist nicht jedermanns Sache. Welche Farben der Mensch favorisiert, ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Zwar liegen Blau und Rot seit jeher an der Spitze, wenn in Umfragen die Lieblingsfarben der Deutschen ermittelt werden. Doch Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Mehr als neun Millionen Farbnuancen lassen sich mittlerweile unterscheiden. Die Farben wirken, wie Farben wirken, liegt allen Urprägungen zum Trotz auch im Auge des Betrachters. Dass sie wirken, daran herrscht kein Zweifel. Empfindungen werden beeinflusst, Gefühle ausgelöst, Stimmungen erzeugt, etc. etc. Also, in unseren Notizen hier steht jetzt Farbe ist nicht gleich Farbe und das sagt er auch direkt. Er sagt, Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Und da müssten unsere Antennen auch wieder hochgehen und da müssen wir merken, okay, das ist jetzt Signal, Signal. Ja, was wird denn hier unterschieden? Wenn Blau nicht blau ist und Rot nicht unbedingt gleich Rot, haben wir, genau, haben wir mehr als neun Millionen Farbnuancen, die sich mittlerweile unterscheiden lassen. Da haben wir sogar das Wort unterscheiden mit drin. Also, es gibt neun Millionen Farbnuancen. Mehr als neun Millionen und das haben wir dann auch in unsere Stichworte geschrieben und somit hätten wir die ersten zwei Fragen schon mal beantwortet. So, den Rest, den kannst du selber beantworten. Es gibt ne PDF, in dem du dir den Modelltest für Hören Teil 3 herunterladen kannst und wenn wir jetzt in der Prüfung wären, du hast jetzt deine zehn Aufgaben fertig, das Audio ist vorbei und dann solltest du das Ganze nochmal überprüfen und deine Antworten dann übertragen. So, und dann hast du es auch schon geschafft. Also, du hast jetzt auf jeden Fall dich gut vorbereitet für Hören Teil 3 und wenn du dir die ersten zwei Teile auch angehört hast und angeschaut hast, dann, ja, hast du das Hörverständnis auch erstmal hinter dir und bist super vorbereitet. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht beim Sprechen oder beim Lesen. Laut der Prüfung, ja, kommt nach dem Hören eigentlich das Sprechen, die mündliche Prüfung. Vielleicht sehen wir uns in dem Video ja auch wieder. Und wie versprochen kommt ganz am Ende noch ein Bonus. Schick uns doch mal deine Lösungen und die ersten, schreib das hier unten in die Kommentare rein und die ersten fünf Kommentare bekommen sogar eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir sogar noch drei Online-Lektionen. Also es lohnt sich auf jeden Fall und viel Glück. Also, Hören hast du nun auch hinter dir. Geh doch direkt rüber zu Sprechen Teil 1.